Haben Sie persönliche Probleme? Nein, es geht mich nichts an. Wahrscheinlich sind Sie überfordert von Ihren Kindern, Ihrer Arbeit. Beeilt euch. Die Sklaverei der modernen Frauen, könnte man sagen. Ich hab doch gesagt, dass wir Chips brauchen. Ich habe Patrick angelogen. Was hast du? Ein Tumor. Das ist eine Wahl und es ist eine Chance. Und ich bin da, keine Sorge. Ich weiß nicht, wie ich das klären soll. Die Lüge Elvira ist ganz sicher nicht für jedermann geeignet. Die Lüge IN eine K Sache Und er kommt auch reinereum. Die Lüge.